Die großartigen Becker-Jungs schreibt Tennis-Legende Boris Becker über dieses Bild mit Sohn Noah und Amadeus in London. Auch Lilly zeigt private Familien-Schnappschüsse mit ihrer Schwester und ihrer verstorbenen Mom. Viele ihrer Fans sind gerührt. Und noch eins von ihrem kleinen Amadeus am Flügel. Süß. Fitness-Anhängerin Charlotte würdig teilt diese lustigen Fotos vom Tennis-Match. Mit Ehemann Paul alias Sido haben sie im Doppel alle und alles zerstört. Willi Herren bedankt sich mit etwas angeschlagener Stimme bei seinen Facebook-Fans für die Unterstützung bei seinen Karnevalsauftritten. Also was ich durch habe, ich kann nur sagen, es war einfach nur fantastisch. Es war ein Abriss nach dem anderen. Ich kann dir doch nicht sagen. Der war der Beste. Es waren einfach alle geil. Und ich sage nochmal vielen lieben Dank und danke. Ich habe heute noch einen Auftritt und morgen und dann ist Schluss. Dann muss ich auch sagen, ich laufe hier zu lang, so laufe ich echt noch für selber, wenn mein Akku leuchtet. Sieht man das schon? Und Busenfreundinnen und Super-Mamis Monika Ivankan und Jana Ina Zarella posten ein hübsches Bild vom gemeinsamen Ausflug in den Bergen mit ihren Töchtern. Und damit bis zum nächsten Update. Bis zum nächsten Mal.